Jetzt haben wir ein paar Freunde gefunden hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Das letzte Mal haben wir den Boston, äh den, Boston, ist das schon der Boston? Den New Yorker Untergrund ein bisschen erkundet. Hier hinten wäre es anscheinend noch weitergegangen. Und hier. Aber das können wir uns ja aufheben für spätere, äh, Sachen. Okay, und jetzt müssen wir hier entlang in Richtung Fort George. Ich höre doch da jemanden. Es war ja nicht, es wäre ja nicht das erste Mal, dass Unwetter ist. Scheiße, ich bin ein paar Jahre alt. Ich denke, so ein Mann wird nicht durchschneiden von der Throne träumen. Geh, geh. Ach so, wir können es uns. Ja, ich bin wachsam. Ich bin in der Missiusstil, richtig der Herr. Ich kann auch. Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Der Typ mit seinem Beil. Ja, sie werden auch da sein. Sie werden uns helfen, sie werden uns unterstützen. Charles Lee muss sterben. Auf dem Weg zum Signalfall nicht entdecken, dass Zeiten... Okay. Okay. Nicht entdeckt werden. Oh, da gehen wir dann lieber aber in die Richtung. Als wenn wir das hier alles schon erkundet hätten. So eine Scheiße. Oh. Also die drei Minuten werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Das Signalfall ist da hinten. Okay. Okay, nicht entdeckt werden ist schon mal... Nichts machbar. Also für uns nicht machbar. Das Zeitlimit dann höchstwahrscheinlich auch nicht. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich füllen. Da vorne ist es. 1.14 habe ich noch. Ah, kommen wir hoch. Ja, hoch, schnell. Ja, ja, ja. Schön, 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 schön. Ja, da kommen die nicht hoch. Genau so. Immer da rüber. Und da hoch. Interagieren. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Das war scheiße. Setz dich doch einen Moment hin, Alter. Und das hat er nicht bedacht, dass er selber getroffen werden könnte. Verfassung zu kämpfen. Du musst denen... Wachen ausweichen. Wo bist du, Charles? Fort. Komm schon. Du... Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er... Ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlaschen und getabelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Aber du nicht mit dem Tomahawk. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und meinen zu verurteilen. Was hate für eine Netmarie? So wie sehr leckte Konten gibt. Okay. Wow. Ich sehe nichts. Das war desynchronisiert, Alter. What? Ich habe immer auf Grunde angedrückt. Aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und zu verletzen. Und mich und die meinen zu verurteilen. Obwohl... Ich bin nur in der Nähe von Objekten. Alter. What the fuck? Oh. Das ist eine interessante Mission. Die Krone nicht. Gib auf. Und ich verschone dich. Große Worte von einem Tod verweiten. Gibt es dir Pescher? Auch wenn es scheint, als würdet ihr sieben, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Glaube nicht, ich hätte vor deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzubestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Na, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage. Alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Aethem hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg ist herauszufinden. Mit unserer Klinge hat er wohl nicht gerechnet. Der Herr Vorder. Ein schwieriges Ende. Dies letzte Zuflucht. Mission beendet. Ja. Nur mehr Spielbildungen freigeschaltet. Aha. Wir haben Erinnerung synchronisiert. Sequenz 11 beendet. Unser Vater ist tot. Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerordnern seiner Stadt. Ich weiß nur, warum dieser ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee türen. Sequenz 12. New York. 1782. Und merkt, zu wie gelangen. Mannes mit einer Vision zu bedenken, der die Welt verändern wollte. Und er hat sie verändern. Ach so, ich darf, die kann ich nicht drüber klettern. Im Moment bereiten die Briten den Rücken vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heeren zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns, oder sie finden den Tod. Und dann, meine Freunde, wird all das immer ich uns gewöhnen. Dafür schulden wir Haye an. Ihm und all jenen, die sich für unsere Sache opfern. Doch er war nicht damit zufrieden, das Volk von Amerika zu retten. Nein. Er wollte sogar unsere Erzfeinde retten. Er wollte die Assassinen retten. Es erscheint jetzt widersinnig. Und es kostete ihn sein Leben. Oh. Er schickte mich fort. Damals, Frau George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen. Und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande. Den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt. Dein Dorf und seine Bewohner. Alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie alt wird dieser ein Wunschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit Ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Was hast du erwartet? Okay. Jetzt wird's lustig. Jetzt haben wir ein paar Freunde gefunden hier. Wieder weg. Den hätten wir. Und der letzte ist er auch noch. Da. Na geil. Ähm. Limit für eliminierte Rotbrücke. Okay. Alle sollten er eliminieren. Hä? Ich dachte, wir sollen alle sollten er eliminieren. Und jetzt steht da ein Limit. Dass wir ein Limit haben. Aber wir sollen alle eliminieren. The fuck. Achso, das sind bloß 13. Okay. Das sind bloß 13. Wir dürfen also keinen mehr erledigen. Okay. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Und dann nimmt er eine Fähre. Erhalten Waffen 1. Charles Lee nimmt eine Fähre. Okay. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Und wir klacken noch schon mal an Schluss. Fetzel. Wir haben ja Zeit. Solz. Mop. Solz. Erfolgenabschluss. Ja. Das war's. Yes. Plane von Französischen Taschenpistole und 750. So. Die Folge ist erst 17 Minuten lang. Ich weiß, aber trotzdem, wir machen hier Schluss. Bis dann. Tschüss. Wir kommen. Damit verans. Bis dann komm. Tschüss. Das war's. Da. paar partner of mich. Da. Untertitelung des ZDF, 2020